Hallo, mein Name ist Mina Karakaya. Ich mache zurzeit eine kaufmännische Ausbildung zur Industriekauffrau. Die MBW stellt allen Azubis den Salz Campus zur Verfügung. Wir haben die Chance, dadurch viele energiewirtschaftliche Themen zu sammeln, die wir natürlich auch für unser Privatleben nutzen können. Das Besondere daran, alles wird einfach erklärt. Und wir Azubis haben die Chance, energiewirtschaftliche Themen super einfach zu lernen. Ich werde diese E-Trainings natürlich auch meinen weiteren Kollegen empfehlen.